So liebe Weinfreunde, den nächsten Wein, den ich jetzt hier rausgesucht habe und euch vorstellen möchte, ist der Pinot Grigio von dem Weingut Pizzolato aus Venezien. Wir haben hier, wie gesagt, zu deutsch ein Grauburgunder im Glas. Und ja, man riecht schon in der Nahseite wirklich diese ganz typischen floralen Noten. Wir haben so ein bisschen Honigmelone mit drin, wir haben ein bisschen Pfirsich mit drin, aber auch so etwas Mandliges, Nussiges. Und genau das gibt er uns eigentlich wieder im Geschmack, ein sehr eleganter und samtiger Wein.